willkommen willkommen zu einer weiteren folge wir jetzt hier in den private team modus leute es geht rein in die rallye oh gott was ist es ich glaube es ist es ist griechenland ok wir sehen es noch nicht ich dachte jetzt kommt direkt der ladebanken für jo willkommen in in unserem land das ist unser landesbild ne shakedown ja akropolis rally ok das heißt griechenland dürfen wir mittlerweile irgendwelche art von reifen benutzen keine strafen sammeln und in den nächsten zwei wochen erholungsevents ok das heißt ich habe vergessen mitrologen einzupacken ich ich napf aber es ist griechenland ja gut es könnte regnet in griechenland ja oft das ist die frage hoffen wir einfach mal nein aber ich kann keine regenreifen auswählen von daher wane train es wird trocken bleiben hoffe ich jedenfalls ja bestätigt bestätige ich nun dann rein oder aber mit den weichen 123 kilometer steigung 0 0 also alleine bild sich schon der steigung aber ich glaube es geht eher von dem höhenunterschied zwischen start und ziel aus ist aber verrückt wir starten auf es ist ein punkt zu punkt drin aber wir kommen wieder auf derselben höhe auf meter genau ja gut bei 5 4 3 2 1 auf geht's heute form formular eko und achtung links halten rechts vier bei abzweig über bodenwelle 50 ist ja ist ja nur der shakedown da ist das reifen schon müssen die gegebenen gegebenen gegebenheiten auschecken rechts 4 leicht schneiden in rechts links 6 nicht schneiden in rechts 5 leicht schneiden und links 4 breiter ballen außen in links 2 rechts halten rechts 4 kurz macht auf Menschen fühlt sich an wie eine historik rally rechts 3 nicht schneiden um eben 80 rechts 4 rechts 4 kurz macht auf rechts 2 mittel links 5 mittel fels innen macht zu 50 das ist ein sehr trickiges land 2 leicht schneiden 70 Achtung abzweig scharfe haarnadel links kein abzweig vollgas in die ballen ok wow auch für 1 2 3 km haben wir auch 1 2 3 an zeit ist ja nett ich musste aber auch vielmehr das spiel neu starten damit ich wieder die versuche hatte um die zeit natürlich zu erfahren war ja natürlich hier keine one taker wir sind ja hier in hollywood live aus dem hollywood zeichen aus dem aus dem haar ähm nun äh achso wir dürfen nur keine strafen haben aber sonst reparieren dürfen wir ja yes 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 und weiter 107 kriegen wir doch 1 2 3 dollar raus ok mit 1 oder 2 prozent verschleiß kann ich hier nichts kann ich nichts tauschen aber das auto könnte mal wieder abgewaschen werden naja egal wir gehen rein in die erste gewertete stage und jetzt heißt es auch tatsächlich schnell fahren und auch schnell losfahren oh das sieht sehr wild aus aber auch direkt eine komplett andere farbgebung wahnsinn naja egal schaffen wir easy snack ok und schon wieder eine andere farbgebung wo ist das orange dieses kenia rot 5 4 3 2 1 höh oh wow der hat doch los schon gesagt und rechts 4 kurz 30 links 4 nicht schneiden ich wurde einfach schon wieder äh verarscht und rechts 3 beibehalten rechts 4 und links 4 kurz und rechts 4 und rechts 4 macht zu in links 5 macht zu 30 überkuppel rechts 350 oh was macht die Leitplanke denn hier ganze 20 Meter Leitplanke verarbeitet bei dieser Stage aber anscheinend war die Leitplanke nur an wichtigen Stellen aufgestellt alles andere hier rechts von uns alles safe wenn man runterfällt alles safe oh oh äh sheet rechts 3 kurz in links 4 kurz 30 links 5 bremsen in rechts 3 kurz in links 4 macht zu und rechts 4 kurz und links 5 kurz 30 oh wo bin ich denn jetzt angeeckt egal das war eigentlich ganz gut Achtung Haarnadel rechts 30 links 4 kurz in rechts 4 kurz 30 in rechts 5 kurz 50 rechts 5 Verengung links 4 28 Sekunden und rechts 5 30 20 waren davon nötig 20 waren davon nötig rechts 5 kurz in rechts 5 kurz macht zu in rechts 4 nicht schneiden in links 5 in rechts 6 kurz 30 Baum oh Gott Ecke guter Bounce rechts 3 kurz in links 3 und Haarnadel links in Haarnadel rechts 50 links 3 Verengung durch Tor 50 rechts 3 beibehalten Och Zäune Komm mal und halte doch bitte was aus Links 4 beibehalten rechts 4 Ist ja doch mein guter mein Lieblings Anlaufpunkt und rechts 3 innen halten und links 3 nicht schneiden macht zu in rechts 4 und links 3 mittel in rechts 3 kurz und links 3 150 Achtung Scharfbremsen rechts 3 in links 3 macht zu in rechts 3 schneiden 100 Hm Ich mag Griechenland nicht Malaka Achtung rechts Um mal hier auch in der richtigen äh Sprache zu fluchen Links 4 macht zu 2 in rechts voll und links 4 in rechts 5 mittel Oh oh Sputz Hat die Rallye einen Doppelnamen? Wenn ja, dann weiß ich warum ich so kacke bin Es ist der Fluch rechts 2 beibehalten links 2 macht zu und rechts 2 kurz nicht schneiden in rechts 2 30 links 5 mittel in rechts voll und links 5 und rechts 4 in links 6 Bremsen rechts 3 in links 3 kurz macht auf und links 5 kurz macht zu 100 und ziel Oh Oh wow Aber dass das also Oh wow Ja gut Letzter mit 49 Sekunden Wow Das ist kacke Aber der Anfang Also der Anfang war ja schon beschiss Der sagt und los und dann bei los geht's los und dann sagt er schon und los und dann gebe ich Gas und 10 Sekunden Zeitstrafe Oh wow das war unnötig Okay Letzte Stage der Folge und jetzt heißt es der Welt zeigen dass ich dass auch ich eine Lernkurve habe und die hat eine krassere Neigung als ein Lineal Ähm Nun dann Obwohl wollen wir die harten Reifen Obwohl ich gucke erstmal bei der Power Stage ob wir da schon wieder beschissen werden 6 Kilometer Nacht Okay Da könnte ich Was Was fahren wir denn hier 6 Kilometer 6 Kilometer und hier 6 6 4 Okay Dann Hauen wir hier nochmal die Weichen Hier kommen die Harten und zum Schluss kommen auch nochmal die Harten Okay Wow Alter So viel Struktur und Plan Das kann jetzt eigentlich nur krass werden Ähm Was 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 wollen wir denn machen Eigentlich müssen wir alles Und Karosserie natürlich Hallo Guten Tag Ähm Ja Das brauchen wir auch noch Das vielleicht nicht Getriebe Yes Und sonst Äh Ja Passt Das passt So Was habe ich gesagt Jetzt kommen die Harten Äh Wo sind die Harten Hier sind die Harten Yes Die Lernkurve Oh wow Das wird wieder eine Schlängelreiche Stage Was aber nicht so Was eigentlich ganz gut ist Äh Denn Unter Geschwindigkeit Passieren Die schlimmsten Fehler Und wenn wir irgendwo langsam Irgendwo gegen Ditchen Dann fahren wir ganz mal weiter Aber Oh Das rede ich nicht Bei der höheren Geschwindigkeit Ist ein Undatcher Direkt gleich Oh Massenüberschlag Ähm Ähm Ja Eins Vier Vier Drei Zwei Eins Auf geht's Dreißig Links vier Kurz Fünfzig Rechts Sechs Macht zu In rechts Links sechs Bremsen In links Drei In rechts Ich hasse Griechenland Ich hasse Griechenland Unfassbar Malacka Links drei Macht zu Und links Voll Dreißig Sagt man übrigens In Griechenland Umzug Fluchen In links In links Fünf Und eben Macht zu In rechts Voll Dreißig Achtung Fels Innen Links fünf Macht zu In rechts Vier Kurz Fünfzig Rechts Drei Innenhalten Dreißig Am Zweig Scharfe Haarnadel Links Achtzig Haarnadel Rechts Leicht Schneiden Und links Vier Kurz Macht zu Drei Innenhalten Rechts Zwei Fünfzig Bremsen Bremsen Gerade auch Wieder Nicht Existent Bremsen Come on Bremsen Ich Voll Ich Also Hundertprozent Habe ich Auf die Bremse Gedrückt Hundertprozent Kraft Aber Da passiert Einfach Nichts Zwei Leicht Schneiden Und links Vier Macht zu Drei Mittel Und rechts Zwei Mittel Dreißig Bremsen Come on Oh Gott Und links Zwei Innenhalten Rechts Eins Leicht Schneiden Und links Zwei Kurz Leicht Schneiden Dreißig Bons Kein Bons Warum Dorfte ich Eigentlich Keine Regenreif Mitnehmen Das ist doch Frech Einfach Du wieder Beschiss Vom Spiel Aber gut Ich hatte eh keinen Methodogen dabei Aber das eine Schließt das andere Ja nicht aus Das hatten wir Ja schon mal Oh Ich hab nicht auf die Dingsten Noten gehört Gerade Fuck Ich hasse Dieses Land Malacker Ich hab nach Nichts Was ist denn Was ist denn Hier los Oh Alter Vater Gruselig Und Baum Innen Links 4 Kurz In Rechts 4 Macht Zufalls Innen In Links 6 50 Rechts 3 Nicht Schneiden Und Eben 80 Boden Wellen In Links 3 Und Rechts 4 Schneiden In Links 4 Innen Halten Rechts 4 Kurz Macht Auf In Rechts 2 Mittel Links 5 Mittel Fels Innen Macht Zu 50 Rechts 2 Leicht Schneiden 70 Achtung Abzweig Scharfe Haarnadel Links Und Und 2 Kurz Rechts 3 Kurz In Rechts 2 Macht Auf Und Rechts 2 Kurz In Links 2 Kurz Und Fels Innen Links 2 Innen Halten In Rechts 4 Nicht Schneiden Links 4 Mitteln Ich hasse Griechenland Mal Lacker Das große E-Gents Special Teil 1 von 4 Oder 3 Ich weiß noch nicht wie krass ich Griechenland aufteilen werde Oh Ich gebe Feuergas Aber irgendwas Hat mich gerade wieder gedrosselt Und Rechts 5 Kurz Nicht Schneiden In Links 5 Kurz Kuppel Mittig Halten In Links 4 In Rechts 2 Macht Zu Breiter In Verengung Rechts 4 Macht Zu In Links 3 Kurz Und Links 3 Macht Zu Weniger Platz Ging aber auch Nicht Schneiden In Rechts 2 Und Links 3 Mittel Innen Halten Und Rechts 3 Verengung In Links 4 Nicht Schneiden In Rechts 5 Macht Auf In Rechts 4 Macht Zu Nicht Schneiden Und Links 3 Kurz Macht Auf Cutting Da Cutte Ich nie wieder In Links 4 Nicht Schneiden In Rechts 4 Innen Halten Links 3 Kurz 80 Oh Schon wieder mit Bonksa Hinten Links Gerechnet Oh Schlimm 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 Oh Wahnsinn Griechenland Was Die Scheiße Dann würde ich mal Sagen Wir drücken Weiter Und Ja Sehen Dann mal Was Morgen Kommt Oh Wow Dann heißt es Morgen Hey Leute Willkommen Zum Shitfest Teil 2 Aber Bevor das Es mal Los geht Würde ich mal Sagen Leute Ich bin Mal Raus Haut rein Bye Bye And Have Great Time Bye Have A Great Time